Zen und das Glück Das Geheimnis des Glücklichseins Einen Zen-Lehrer, begeisterter Anhänger von Mythen und Sagen, bat ein Schüler, das Wesen des Zen an einem griechischen Mythos zu erläutern. Der Lehrer erzählte folgende Geschichte. Vor langer Zeit waren die Götter besorgt über den raschen Fortschritt der Menschheit. Die Menschen hatten schon den Gebrauch des Feuers und verschiedene Heilmethoden entdeckt und die Schrift erfunden. Nur eines fehlte ihnen noch. Sie hatten noch nicht das Geheimnis des Glücklichseins entdeckt. Nun berieten sich die Götter miteinander, wie sie dieses Geheimnis am besten verbergen könnten. Verbergen wir es auf dem höchsten Gipfel der Berge, schlug einer vor. Nein, versenken wir es auf den Grund des Meeres, meinte ein anderer. Ein dritter Gott kam und fragte, Wie wäre es mit einem fernen Stern? Da müssten sie lange suchen. Schließlich stieß der Klügste der Götter zu ihnen. Ich weiß, wo man es verstecken muss, dass sie es nicht finden. Tief in ihren Herzen. Sofortige Belohnung Ein Zen-Meister und ein Buddhist der alten Schule führten ein Streitgespräch. Was mir am Zen nicht gefällt, sagte der Anhänger der alten Schule, ist die Betonung des Lebens im Augenblick. Wodurch unterscheidet sich diese Haltung des Zen von der eines Hedonisten, der nach der unmittelbaren Befriedigung seiner Bedürfnisse verlangt? Ich sehe nichts Schlechtes in einer unmittelbaren Befriedigung der Bedürfnisse, antwortete der Zen-Meister. Diejenigen, die es im Leben nach verschiedenen Dingen gelüstet, sind meist nicht die, die im Augenblick leben und den Augenblick genießen können. Sie können nie mit dem zufrieden sein, was sie haben, weil sie schon wieder nach etwas anderem gieren. Lehren aber nicht alle großen Religionen, dass es zwei Welten gibt, die hiesige und die jenseitige, fuhr der Traditionalist fort? Unsere Vorfahren sahen dies Erdenleben als kurz und eintönig an und erhofften Besseres im nächsten Leben. Unsere Generation dagegen strebt danach, Glück im Hier und Jetzt zu finden. Liegt darin nicht die Hauptursache, warum die Menschen heute so unglücklich sind? Das spirituelle Leben hängt nicht davon ab, ob wir an ein Leben nach dem Tod glauben, sagte der Zen-Meister. In einem haben sie allerdings recht. Die Suche nach dem Glück kann tatsächlich zum Unglücklichsein führen, denn sie lenkt die Menschen davon ab, dass wahre Glückseligkeit aus dem Inneren kommt. Es fehlt nichts Beim ersten Treffen eines Zen-Schülers mit seinem Meister fragte dieser, Ich habe gehört, dass du einige Zeit in Chu-Chi, einer Hochburg der Zen-Gelehrsamkeit, verbracht hast. Was hast du dorthin mitgenommen? Als ich dorthin ging, hatte ich im Grunde schon alles, antwortete der Schüler. Da fragte der Meister, Wenn dem so ist, warum bist du dann dorthin gegangen? Der Schüler entgegnete, Wäre ich nicht hingegangen, So wüsste ich jetzt nicht, dass mir nichts fehlt. Der Meister nickte zustimmend. Der Sinn des Lebens Ein Schüler war auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und ging zu einem Zen-Meister. Er fragte ihn, Welchen Sinn hat das Leben? Der Meister gab keine Antwort und es entstand ein berätes Schweigen. Der Schüler brummte vor sich hin, So ein alter Narr, Und ich glaubte, ein Mann mit seinem Ruf wüsste etwas darüber, Da habe ich mich wohl getäuscht. Nachdem er gegangen war, Fragten die Schüler des Meisters, Warum er denn nicht auf eine so wichtige Frage geantwortet habe. Der Meister sagte, Diejenigen, die ständig nach dem Sinn des Lebens fragen, Sind meist die, die mit dem, was sie haben, unzufrieden sind. Selbst wenn ich ihm geantwortet hätte, Hätte er nichts davon gehabt, Denn er hätte meiner Antwort doch nicht getraut. Wozu fragt man überhaupt nach dem Sinn des Lebens? Im Frühjahr blühen die Blumen, Im Sommer kühlt uns eine leichte Brise, Im Herbst leuchtet der Mond, Und im Winter liegt der weiße Schnee. Reicht das nicht, um das Herz zu erfreuen? Warum der chinesische Buddha so dick ist Viele Menschen im Westen rätseln, Warum der Buddha in volkstümlichen Darstellungen Oft ein breites Lächeln über einem gewaltigen Bauch zeigt. Eines Tages aß eine Gruppe Zen-Schüler Mit ihrem Lehrer in einem China-Restaurant zu Mittag. Am Eingang grüßte sie eine solche Buddha-Statue. Warum wird der chinesische Buddha Immer mit einem so gewaltigen Bauch dargestellt, Wollte ein neugieriger Schüler wissen. Der Lehrer mußte lachen Und gab dann die folgende Erklärung. In früheren Zeiten, Als viele Menschen hungerten, Galt es als himmlisches Geschenk, Dick zu sein. Außerdem steckt in dem dicken Bauch Buddhistische Weisheit. Vor einigen Jahren fand ich Bei einem Aufenthalt auf dem Land Diese zwei Gedichtzeilen vor einem Altar Buddhas. Der Bauch ist dick, Denn er enthält alles, Was die Welt nicht verträgt. Der Mund lächelt, Denn er lächelt Allen lächerlichen, engherzigen Menschen zu. Der dicke Buddha soll also denen eine Hilfe sein, Die in einer Welt des Elends glücklich sein wollen. Krebs als Zen-Lehrer Einer 50-jährigen Frau wurde die Brust auf beiden Seiten amputiert. Sie fasst ihre Begegnung mit dem Tode in folgende Worte. Erst als ich Krebs bekam, Wurde mir bewusst, Wie kostbar jeder Atemzug, Jeder Gedanke ist. Erst da begriff ich, Dass alles im gegenwärtigen Augenblick liegt. Was mir die Lehrer vermitteln konnten, Waren nicht mehr als Gedanken. Jetzt aber spürte ich plötzlich Mein Leben unmittelbar. Der Krebs machte mir klar, Dass es an mir liegt, Ob ich vor meinem Tod Noch zu leben beginne. Das Wunder der Hoffnungslosigkeit Ein Zen-Schüler ist eine junge Führungskraft In einem multinationalen Konzern. Trotz seiner 30 Jahre hat er schon viel erreicht. Eines Tages fragte er seinen Lehrer, Wie kommt es nur, Dass ich nicht glücklich bin? Dabei beneiden mich die meisten Menschen Um meinen Erfolg. Worin liegt das Geheimnis des Glücks? Der Lehrer antwortete, Du bist unglücklich, Weil du voller hoher Erwartungen steckst. Wenn du wirklich glücklich sein willst, Musst du dich von diesen Erwartungen verabschieden. Hoffnungslosigkeit kann bei dir einiges bewirken. Nicht mit Worten Ein Zen-Schüler fragte seinen Lehrer, Ich habe oft gehört, Dass man Zen nicht mit Worten lehren kann. Warum haltet ihr dann Zen-Vorträge Und schreibt Zen-Bücher? Sein Lehrer antwortete, Wenn ich dir sage, Dass sich Zen nicht mit Worten begreifen lässt, Dann gebrauche ich doch Worte, oder? Darauf wusste der Schüler nichts zu sagen. Für diejenigen, Die süchtig nach Büchern und Vorträgen sind, Fuhr der Lehrer fort, Können Worte tatsächlich eine Ablenkung sein. Du musst aufhören, Außerhalb nach Weisheit zu suchen. Achte auf dein Verhalten, Deine Gefühle und Gedanken, Von Augenblick zu Augenblick. Dann findest du vielleicht die Quelle von Glück und Unglück. Streben nach Glück Eines Tages kam ein Mensch, Der auf der Suche war, Zu einem Zen-Meister. Ich suche schon seit Jahren Nach dem Geheimnis des Glücks, Erzählte er dem Meister. Ich war schon in vielen Weltgegenden Und bin verschiedenen Meistern gefolgt, Ohne es zu finden. Könnt ihr mir weiterhelfen? Der Meister entgegnete, Sag mir doch einmal, Wodurch unterscheidet sich das Glück, Das du suchst, Von Vergnügen? Ich habe gehört, Dass das Glück der Spiritualität Länger anhält, Als das bloße Vergnügen, Erklärte der Besucher. Aha, sagte der Meister, Du bist also auf der Suche Nach fortwährendem Glück. Willst du aber nicht erst den Menschen verstehen, Der auf der Suche nach diesem Glück ist? Weißt du, was in ihm vorgeht? Der Suchende war sprachlos. Jeder Mensch strebt nach Glück, Fuhr der Meister fort, Aber am wenigsten streben sie danach, Sich selbst kennenzulernen. Wenn du dich selbst gefunden hast, Folgt das Glück von allein. Im Augenblick leben Ein Zen-Schüler hatte gelesen, Dass zur Zeit des Buddha Seine Schüler für ihr fröhliches, Strahlendes Wesen bekannt waren. Woran lag das wohl? Fragte der Schüler seinen Lehrer. Das lag daran, Dass sie in der Gegenwart lebten, Entgegnete der Lehrer. Sie hielten sich nicht an der Vergangenheit fest Und sehnten sich nicht nach der Zukunft. Warum soll ich mich nicht an der Vergangenheit festhalten? Fragte der Student. Sie ist doch voll schöner Erinnerungen, Sie ist doch voll schöner Erinnerungen, Die sich festzuhalten lohnen. Der Lehrer antwortete, Sich an schöne Dinge in der Vergangenheit zu erinnern, Ist sicher nicht falsch, Solange diese Erinnerungen die Menschen nicht hindern, In der Gegenwart zu leben. Sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft Haben ihre Berechtigung. Man kann aus der Vergangenheit lernen Und Pläne für die Zukunft machen. Wer aber mit Bedauern auf die Vergangenheit Und mit Sorge in die Zukunft schaut, Hat nichts davon, Denn nur in der Gegenwart kann man handeln. Beziehungskrisen Eine Sennschülerin fragte wegen der Schwierigkeiten, Die sie in Partnerschaften erlebte, Ihren Lehrer um Rat. Warum gehen all meine Liebesbeziehungen Den Bach hinunter? Der Lehrer entgegnete, Stimmt das? Was stellst du dir denn unter einer Guten Beziehung vor? Wenn du von einer Beziehung erwartest, Dass sie ständig dein Ich zufriedenstellt, Kannst du es vergessen, Das funktioniert nämlich nicht. Was sollte ich denn dann von einer Beziehung erwarten, Wollte die Schülerin wissen. Der Lehrer riet ihr, Betrachte jede Beziehung als spirituelle Übung Und als Spiegel deiner selbst. Beobachte, wie dein Ich dich glücklich Oder unglücklich macht. Vielleicht gelingt es dir dabei, Glücklich zu werden. Der Osten und der Westen Zu einem Sennmeister, Der auch die Unterschiede der Kulturen erforschte, Kam eines Tages ein Besucher Und wollte von ihm wissen, Wie kommt es, Dass die Menschen im Westen Trotz allen Reichtums Immer noch unzufrieden sind? Und wie kommt es, Dass viele Menschen im Osten Trotz ihres niedrigen Lebensstandards Zufrieden sind? Das ist leicht zu beantworten, In den Augen des westlichen Menschen Liegt das Glück im Bewältigen Der äußeren Bedingungen Und dem Beherrschen der Natur. Dies hat zu großen wissenschaftlichen Und technischen Fortschritten geführt, Aber es macht den Menschen Nicht wirklich glücklich. Inwiefern unterscheiden sich die Menschen Im Osten? Fragte der Besucher. Der Meister erwiderte, Für den Menschen im Osten Liegt das Glück darin, Sich seiner Umgebung anzupassen. Was ist leichter? Sich selbst ändern Oder die Welt ändern? Wahre Freiheit Ein Zen-Lehrer erklärte, Eines der wesentlichen Elemente des Zen Sei die Freiheit. Nun wollte ein Schüler wissen, In den USA haben wir viel Freiheit Und doch scheint sie uns nicht glücklicher zu machen. Mir scheint, Freiheit ohne Verantwortung Ist das Kernproblem unserer Zeit. Ein Lächeln huschte über das Gesicht des Lehrers. Es gibt durchaus verschiedene Arten der Freiheit. Äußere Freiheit allein Kann uns nicht glücklich machen, Wenn sie nicht durch innere Freiheit ergänzt wird. Und was ist innere Freiheit? Fragte der Schüler. Freiheit von Gier, Zorn, Unwissenheit und dem Ich. Wer daran arbeitet, Kann glücklich werden, Lautete die Antwort. Der Umgang mit dem Schmerz Ein Zen-Lehrer bot einen Volkshochschulkurs Zum Thema Zen – Die Kunst des Glücklichseins an Und viele Studenten kamen. Darunter war auch eine alte Dame, Deren Mann vor einigen Jahren gestorben war. Der Kummer über diesen Verlust bedrückte sie immer noch. Meister, Wie kann ich diesen Kummer überwinden? Fragte sie. Der Lehrer sah ihr in die Augen und sagte, Zen bietet kein Allheilmittel, Mit dem man den Schmerz los wird. Aber er zeigt einen Weg, Den Schmerz zum Freund Statt zum Feind zu machen. Moderner Aberglaube Ein berühmter Wirtschaftswissenschaftler Traf mit einem Zen-Lehrer zusammen Und erklärte ihm, Dass man seiner Meinung nach Für die Menschen eine bessere Zukunft schaffen könne, Wenn man mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen Das Wachstum fördere. Ökonomie ist eine methodische Wissenschaft, Die ohne Religion und Metaphysik auskommt. Das ist ja interessant, Meinte der Zen-Lehrer augenzwinkernd. Und ich hätte gedacht, Dass die Vorstellung, Man könnte die Menschen glücklich machen, Indem man ihr Bedürfnis nach materiellen Dingen Und ständigem Konsum fördert, Ins Reich des Aberglaubens gehört. Zauberschüler Ein Schüler eines Magiers Traf auf einen Zen-Schüler Und erzählte ihm voller Begeisterung Von der Kunst, die er erlernte. Er berichtete dem Zen-Schüler Von den übernatürlichen Kräften seines Meisters. Stell dir nur vor, Sagte er zu seinem neuen Freund, Wenn ich meine Lehrzeit beendet habe, Kann ich praktisch alles bekommen, Was ich nur möchte. Ach ja, Meinte der Zen-Schüler Und schien nicht sonderlich beeindruckt. Daraufhin wollte der Schüler des Magiers wissen, Was denn der Meister des Zen-Schülers könne. Mein Meister hat keine übernatürlichen Kräfte, Sagte der Zen-Schüler, Und ich habe nicht gelernt, Wie ich bekomme, Was ich mir wünsche. Ich habe aber gelernt, Mir das zu wünschen, Was ich sowieso habe. Und glücklich zu sein. Wie ich mich wünsche mir, wie ich mich wünsche. Vielen Dank.